Es gibt in der interdisziplinären Zusammenarbeit häufig überraschende Ergebnisse, die eben nur dadurch entstehen können und aus den einzelnen Disziplinen heraus vielleicht so gar nicht möglich wären. Ein Beispiel, was wir in unserem Sonderforschungsbereich hatten, war eine Kooperation zwischen Neurobiologie und künstlicher Intelligenz. In der Neurobiologie wurden Experimente gemacht mit Rennmäusen, die lernen mussten, ihre Strategie zur Futtersuche zu ändern, also einen Strategiewechsel vorzunehmen. Und mit den Modellierungsmethoden aus der künstlichen Intelligenz konnten wir diesen Strategiewechsel a modellieren, aber auch dadurch, durch diese Modellierung, ein Maß für die Schwierigkeit dieser Aufgabe herleiten. Und das bedeutet, dass wir jetzt diese Ergebnisse verwenden können, um Strategiewechsel in technischen Systemen zu beurteilen. Das heißt, wenn also jetzt ein menschlicher Nutzer beispielsweise seine Handlungsstrategie ändern muss aus irgendwelchen Gründen, kann das System erkennen, wie schwierig das für den Nutzer sein wird und kann entsprechende, genau angepasste Hilfestellung leisten. sein ist. Untertitelung des ZDF, 2020